Hey ho, let's go! Herzlich Willkommen zu Florendiki und zwar heute sind wir auf einem Markt in Neukirchenflühen. Da kann man ein paar Stellen sehen. Also da ist noch nicht so viel, aber hier, das ist halt auch die Gasse, da steht auch meine Mutter mit ihrem Stand. Und ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen hier mal ein bisschen nach, ne? Also hier ist irgendwas, so Sachen mit Gebäude und all sowas. Hier sind ein paar Kleider. Ja, hier ist Kunst und Kostkonomie. Ja, hier sind Bücher. Und da ist auch ein Süßigkeitenladen, da kann man noch Bonbons und all sowas kaufen. Hier ist noch ein Taschenladen und Kinderkleidungsladen. Da hinten, da kann man Lose ziehen und irgendwas gewinnt. Hier links. Genau. Guck mal, bei meiner Mama steht gerade jemand. Ah, nee, doch nicht. Hier kann man unseren Stand sehen. Verkaufen Ketten und Ringe, kannst du mal ruhig ein bisschen länger zeigen, weil das ist ja unser Stand, um Werbung zu machen. Ja, genau. Und hier, wenn... Das ist auch das Schmuckparadies, so heißt die Seite. Ja. Also der Name. Ja. Hier kann man Karikaturen machen. Lassen. Ja. Und hier kann man Kulig machen. Da sind wir so gut auch nicht getroffen. Hier kann man Kulig machen lassen. Ja, da sind Luftballons. Hier ist Holzbesteck und... Und hier gibt's Honig und alles. Ja, Honig und Seife. Also wir sind jetzt hier auf dem Platz von Neukirchen und Flühen. Und... Hier sind auch noch ein paar Geschäfte. Da ist ein Eiswagen. Ein Eis bei diesem Wetter wäre doch das Perfekte. Da ist ein Karussell. Genau. Das auch noch. Da hinten ist noch eine Hilfburg. Hier ist auch eine kleine Bar. Das kann auch auf Flo, du stehst weg. Und hier. Hier kann man sich schminken lassen. Da kann man sich schminken lassen. Ja. Hier ist noch ein Bäcker und ja. Hier ist ein Thermomix-Laden. Das ist eine Werbung dafür. Da hinten ist eine Bühne. Da wird gerade auch Live-Musik gemacht. Da wird auch noch mehr umgehen. Ja. Heute ist auch mehr los als gestern. Gut, weil immer noch nicht viel los ist. Also hier ist das halt zwei Tage. Wir waren gestern kurz da und heute den ganzen Tag schon. und hier ist noch der Lachs-Pirat. Da geht's auch flanken rum. Hier sind wir in der Nähe von der Live-Musik. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Wir arbeiten uns ein bisschen zurück und kommen weiter. Jetzt können wir mal ein Lied von den Filmen. Ja. 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 Sie terminar auf jeden Mal drumherum sehe questiجifen. Musik 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 Nobody loves no one Also das war es mit dem Video. Ich finde den Markt hier ganz okay und den Platz auch. Aber es war jetzt nicht hier der größte. Wir haben das Video jetzt schon zum dritten Mal gemacht. Weil gerade einfach jemand durchs Bild gegangen ist. Also so gut verkaufen kann man hier nicht. Außer Sommer Eisdiele und Bierstand. Aber sonst ist es ganz okay. Und würde ich sagen, was auch mit dem Video. Und bald kommt ein nächstes. Bis dann. Ciao. So.